Das ist die Tennessee A Antique Mandoline, mein ganz persönlicher Favorit unter den Tennessee Mandolinen. Die hat auch Ahorn, Boden und Zargen, Riegelahorn, mit richtig schöner Flamme, sieht richtig edel aus und eine Mattlackierung, was ich persönlich immer total schön finde. Die Mechaniken, das sieht man hier hinten, die sind so ein bisschen auf alt gemacht, matt gebürsteter Stahl und eine massive Fichtendecke und ja, wie gesagt, ich finde, das ist eigentlich das tollste Instrument von denen, ist natürlich aber eine persönliche Geschmacksfrage, zumindest die Bespielbarkeit ist echt cool. Das ist die Geschichte, die Bespielbarkeit ist echt cool.